Wie wegen es beide? Jetzt müsste... Ich weiß nicht, ob der doch mal fragt. Stream ist an. Ob man gehen will. Ist das noch nicht eingetragen? Was machst du denn? Ey, du bist ja echt mehr ausgestattet. Ja, das wird noch besser. Das wird jetzt das Red Squadron Podcast. So, zwei, drei Red Squadrons. Drei Stück? Noch mal weiter. Und Rose, hat die Pack drauf? Heroisch. Ja, selbstverständlich. Ein einziges Mal getriggert. Was kann die denn noch mal? Okay. Du heißt ja gar nicht mehr, du hast ja Funkrock. Okay, der Löwitz. Okay, der Drecke tritt ja Dulli an. Drei Dulli ins Römeran. Drei Dulli ins Römeran. Opfer. Opferklech. Ich mach jetzt lieber in der Therapie. Er ist nicht. Aber ich kriege mich schön. Jo. Und das Finale sind zwei. Was? Als einer muss... Als einer muss... Als einer muss... Ja, irgendwer wird ja wohl müssen. Das muss man davon spielen. Ich dachte, die haben von der Formation. Im Stream. So. Jetzt haben wir... Wo sehen die Zuschauerzahlen? Stehen wir das, oder? Da sind nicht viele. Drei. Einiger in der Nacht. Ja, und die ganzen Amis gucken halt... Ford, irgendwas... Texas, bla... Gibt's da gerade die Wüppel, oder? Nee. Wir warten halt. Den halten wir ja auch mit meiner. Da wollen wir halt loslegen, ne? Ich würde den nächsten Starten auslegen. Wir haben aber noch nicht mal aufgebaut. Lass uns mal was tun. Ich kann auch zwei Zeiten machen. Dann kriegen die... Watsch, watsch, watsch. Machen wir mal ernsthaft. Ja. Ich behalte mir die Liste mal hier so ein bisschen, ne? Ähm... Ich hab 200, du hast 157. Genau, du hast gerne vor mir fliegen. Ja. Wohl. Gas für alle. Äh... Ja, schon den schwarzen Hitz. Ich hab's gar nicht. 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 Äh... So. Ich hoffe einfach, dass deine Liste anstrengender ist. Von denen, sprichst du jetzt irgendwie schon... ... im Sack bist. Ich hab einen Kondall geworfen, weil ich bin näher im Sack. Aber wenn du schon wegen Mr. Bofrost persönlich gewinnst... So, ein bisschen mehr Lacken verstanden. Ich darf den eigentlich, dass ich vorne bin. Ich fliege den ganzen Tag immer mehr rein. Ich hab's gar nicht. Ja, jetzt da. Äh... Moment. Welcher ist noch? Der ist noch frei. Der ist noch frei? Der liegt? Ja, wir die alle. Okay. Ja, logisch. Da gibt's noch einer, ne? So. Und jetzt bauen wir da mit Dreier auf. Ich mach mir die Schuhe so. Ach, ich hab die ganze Zeit Runde eins. Seit Runde eins. Das ist nur, wenn endlich die Runde eins ist. Das können wir eigentlich mal ändern. Das ist halt ne. Streamen und Spielen gleichzeitig. Was suchst du? Ein Handy. Meinst du sowas? Deins oder anderes? Ein anderes. Wir wollen mal da machen. Meine Dreier stehen. Deine Dreier stehen. Da alle. Jetzt ist mir alles nicht klar. Ich höre mal raus, oder? Ich weiß nicht, wie es denn der ist für die Wurz? Ja. Werden wir uns das nächste Mal wissen. Dann müssen wir Nachttunier einfach anders machen. Wir fangen morgens um vier an. Dann ist es dann schön irgendwann am Nachmittag von den Gaben fährt. Und das macht ja auch ab. Der muss ja mit zweimal aufstehen. Das ist ja noch schlimmer. Nee. Ja, steht. Sicher? Ach so, schön. Ich dachte, wir sollten. So, stehen wir. Kannst du stehen bleiben? Sehr schön. Oh. Jetzt wird's anrissen. Okay. Okay. Flügelchen, kannst du dir mal ein Kleinsprings geben? Eins, zwei, drei. Dann würde ich jetzt starten. Alles klar. Drei, zwei, eins. Risiko. Viel Glück. Viel Spaß. Alles klar. Bei Essen. So. Was machen wir denn jetzt genau? Mit angefangenen Tag. Wie gut ist das bei uns da? Sehr gut. Vor allem dich. Wic Name. Wir wollen da Pointos bei dir auf. Bitte. 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 Kannst du reißen? Die sind alle zu? Alle zu. Okay. Also wir richten das nicht nach Karten, sondern... Ich hab keinen Bock die Karten. Jaja, alles gut, alles gut. Das Dümmste, was es nicht so gibt. Felix, Felix. Da sind wir alles nicht. Wir machen alles das Gleiche. Du bist sehr kreativ, aber ich bin ja auch Widerstandsführer. Ja, es ist eigentlich auch nur Labellen, die sich für was Besseres halten. Ja, da sind wir auch. Hips und Kappset. Hips und Kappset. Hips und Kappset. Horscht da? Ja, ja. Drei nach vorne. Ja. Ja. Hauen sie weg. Ja. Und die Zufall ist da mehr. Ja, ich kann da so ein bisschen stillen. Das ist so voll. Ja. Ey, weg. Ja. Es ist so gut, dass so viele Schiffe vor den Kochkopf reden würde. Ja, ich sehe das gar nicht. Vielen Dank. Das ist ja nichts. Danke, Mann. Noch ein bisschen. Ich darf jetzt auch heilen. Das ist feuerlich, aber nee. Doch, doch. So denkt er schon mal. Vielen Dank. Das ist die 1. Das ist die 1. Direkt überraschenderweise. Das ist die 1. Das ist verstanden. Das ist die 1. 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 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 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 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. Den Einen auf die Nummer Zwei. Nummer Zwei? Eifere Drei? Ja. Nehme ich so. Kokus, ein Schild. Ja. Ein Schild auf den zweiten Red Squadron. Eifere Drei? Zwei. Nehmach nochmal. Einer. Einen Schild auf die Poschkei jetzt. Gut, dann alle meine Drei. Schießt er zurück auf die Drei. Den Fokus hast du mir geklaut. Ja, das glaube ich. Kannst du noch mal aufschmeißen, wenn du schon mal da bist? Guck mal, ob der im Winkel in Reichweite ist. Ja. Ich nehme erst mal das weg, ne? Ja. Okay. Ja, passt doch. Einen Sonst. Hier auch nix. Da auch nix. Ozi? Ne, ne? Ne. Wo ist es auch raus? Dann, was? Äh, Kartoschka. Ja. Auf drei? Ja. Kann meiner mal probieren. Heinz, wo war denn? Für zwei. Bisschen mit Blanking. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, alleine den Fokus. Ja. Ja, hab ich noch nicht. Passt jetzt, genau. Ne, ne. Ne, ne. Ich hab da nur gerade gesehen, weil ich auch meinen Fokus gesucht habe. Mal den normalen. Achso. Wo ist die hier? So. Oh, was machen wir jetzt? Von Bloom. Let's go. Ja. Hm. Rotter, rotter. Zwei. Kommen wir rein. Pizze Katze. Verwirk? Ja. Boost. Ist doch. Kann ich auch mit dem Halt bewegen? Ja. So. So. Ja, gut. Das ist okay. Probe. Mhm. Treibig. Nein, ist nicht schlecht. Okay, jetzt mal gucken, dann krieg ich nur einen Schuss, ne? Schlechtes. Moment, erstmal Stress oder Calculate? Triple Zero? Stress ist nicht schlecht. Ja. Jawoll. Dann Bobby. Äh, dann Bobby. Range One in... Ja, wo da war... Guck mal, wie ich da auf den Ding jetzt hier schießen kann. Laser? Ja, ja. Lasermaß. Das grobe erstmal. Perfekt. Denkt, dass es raus ist, oder? Nein. Ja, ist raus. Denkst raus. Ja, dann auf Rose. Auf Rose. In deinem Angriffswinkel drin ist ein anderer X-Wink, also ein Re-Roll. Äh, auch im Angriff? Ja, bei einem Angriff und Verteidigung. Bei einem Angriff und Verteidigung. Bei einem Verteidigung. Aber es ist der Angriffswinkel drin. Okay. Ich hab zwei, drei Re-Rolls. Äh, die beiden höflich neu. Ja. Der hat zwei Grüne, ne? Ja. Macht's. Macht's. Ja. Ein Re-Roll. Ein Schritt. Rosi, eine Idee. Äh, vierer. Nichts. Ja. Gut dann. Meine Schreiber haben alle nicht gesagt. Außer Rosi. Ja. Ein Werteidigung eins. Ja. Ich habe zwei in meiner Mark. Ja, zwei, ne? Ich habe zwei Re-Rolls. Baaah. Schieß mal. Hier, ne? Ah ja. Gehen wir so aus. Völlig spannend. Neun. Heroisch. Drei. Jo, das ist geil. Ey, du wolltest was. Blankzwirfel, meine ich nicht. Guck mal, die Reichwart ist. Ich denke mal, das ist drei. Ja, das ist drei. Stimmt. Du hast den Feuerwinkel, aber viele X-Minks, also kann ich wahrscheinlich ein Re-Roll. Okay. Du hast den drin, den drin und den hinten ist auch drin. Also drei Re-Rolls. Okay. Zwei. Gehen wir so aus. Ja. Stimmwürfel. Three Roads? Einen. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Äh, jo, das war's, ne? Ne, bist du ganz gut ausgetanzt da? Ja, nur ein paar Schüsse auf Oberleut. Ja, ich find das reicht schon, ne? Drei Stille, ey! Hey, Rosi, du wirst auch ein Drei Stille zusammen machen. Alles fair bleiben. No! Fuck, speed! No! 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 Drei, zwei, okay. So, ne? Erstmal ein Stress. Und dann würde ich einmal losbringen. So, ne? Eins. Okay. Vorsicht gegen den Ohr, ne? Das geht dann vorbei. Zwei. Das muss man so machen, damit ich nach vorne hinten schieben kann. Ja, wegen vorne hinten schieben. Kann ich mal wegnehmen? Ja, ganz kurz mal zur Seite. Ich würde nicht akussieren. Das ist das. Ja. Das ist das. Kostka, Einer Bank, möchtest du mal machen? Ja. Der Faktionspreis von Tommerfeld. Ich bin schon entgegen. Sonst tun wir den erstmal weg, dann schaffst du die Hälgen. So, ne? Genau. Dann noch mal den Stress. Ja, mach ich mehr. So. Kutschi. Dann... Eben, laut nochmals zur Seite. Ein Stress kommt wieder. Ein Stress kommt wieder. So viel Stress. Das ist aber hinten schon. Oh, du schaffst. Mal gucken. Ich bin hinten. Äh... Ja, das ist alles. Okay. Äh, Bobbelin. Bobbelin. Äh, Zweier Bank. So. Hab ich schon. Das war jetzt. Auch ein zweites Mal? Oh! Jetzt stimmt's doch. Okay. Das war eigentlich zweites Mal vergessen. Dann stimmt's. Mau. Okay. Äh... Das war auch noch mal weg. Okay. Äh... Oder mach doch mal... So? Ja, ja. Sonst geht's der Nächse. Sonst geht's der Nächse. 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 Warte, warte. Dann... Die Bombe hoch. Die Bombe geht hoch. Die Bombe geht hoch. Aber sie hilft. Schauen wir mal. Rosy auf jeden Fall. Nee. Die Tür auch nicht. Okay. Haha. Das lag so genau. Das war doch super. Ja, das sind 27 Punkte. Bora schießt... Äh... Ja. Ich glaube, es ist nur einer. Es ist nur einer. Äh... Äh... Der Zweier, der ich dachte, der schon Schild verloren hat. Genau. Bein Hande 3. Genau. Macht gebe ich aus. Ja. Ich finde, die riecht argierig. Ein. Das sind's. Zwei Schilder. Der hat ein Schild verloren. Ja. Hast du eine Welt geöffnet? Ja. Eine Welt geöffnet. Ein Natural Event. Sehr gerne. Dann Vierer. Ja. Dann wird er eins in Koshka. Das sind V-Rolls dann. In Koba keine V-Rolls. Hm. 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 What to do, what to do? Hm. 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 Weinen. Dann meine Dreierbank. Ohne. Weitere. Drei in Turoba. Mhm. Du hast nichts mehr in der Macht ausgegeben. Keine Re-Rolls. Ja. Ähm. Geht krifft. Ich steig. Ja du hast auch unsere Probe. Ja ich steig, eigentlich. Das ist schon ein bisschen gelaufen, die Geschichte. Ach Quatsch. Zu früh, zu viel Schaden. Was ist das? Nuss? Nuss-Tableiter, genau. Muss ich machen? Ich bin dann gerade... Kannst du die Karte kurz nehmen? Hier. Achso. Okay. Nichts auf Roma, aber hier reichen sie drei auf Costa. Äh... Ja. Meiner? Da sind sie. Ja, da sind sie. Da sind sie. Da ist... Da braucht nichts, oder? Nee, der ist drei hier. Okay. Nochmal. Hopp an. Meiner. Sehen wir mal? Ja. Ja. Nee, da hast du von deiner vier Hitze, oder drei Hitze gewonnen. Und alles. Vielleicht sieht alles aus. Ja, ja. Vielleicht 11.000 Meter. Dann Koschgard nochmal. Wie darf jetzt... Äh, genau. Koschgard darf in Range 1. Jawohl. Auf, äh... Brilliant. Ja, das ist eine ganz schöne Rente. Da ist ein One-Shot, jetzt komm. Äh... Ein Real-Roll. Ja. Ja. Ja, komm. Keiner. Ja, ja. Es hätte auch viel lang können, weißt? Und dann bringt ihn ja auch so... Aber geile Aktion mit dem... ...und dann noch mal rein. Ich dachte, sie passt doch nicht. Jungs. Ja. Ja, ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Stress und Feldfokus. Ist der drin? Ja, das kann ich. Okay. Ja, ich halte hier fest. Soll ich ausnehmen? Halt mal eins fest? Ja, ich halte fest. Das passt, denke ich. So? Ja, ich ziehe. Okay. Gucci. Hier? Ja, flieg weg und baut das mal. Ja, ich halte das mal. Ja, ich halte das mal. Ja. 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 Ja, ich halte das mal ein bisschen krassen Anständen. Und ein boost. Und ein boost. In die genug? Ja, gut. Passt. Gut. Gut. Ja, ich halte das mal. Ja, ich halte das mal ein bisschen krassen. Ja, ich halte das mal ein bisschen krassen. Was ist das? Ich checke nochmal. Die Beute? Ja. Was ist das? Nee, gar nicht die Beute, ne? Was ist die kürzeste Anfängerung? Ja. Hier geht es ja noch weiter. Ja. Aber hier steigen. Mal gucken, worauf es kommt. Eins. Ich halte noch eine Beute für. Ja. Ja. Ich dachte, es ist im Praxen. Ja. Dann die drei Räume. Rekord eins. Du musst es nur einschalten. Ja. Ja. Ich habe ihn gedreht. Ja. Okay. Den krieg nur besser. Rekord eins. Auf Kopfschlag. Auge. Bitte kurz. Dann ist es für uns all right. Dann ist es für uns all right. War das okay? Sichtbar ein bisschen? Okay. Ähm. Was machen wir? Ja. Ja. Äh. Zweiten. Ja. Die ist... Nein. Your revenge shot. Die haben beide keinen Fokus, oder? Ja, beide. So. Ich habe die drei. Ja. Auf den Modi. Ja. 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 Ich könnte den Modi sieht rein. Ja. Shit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Äh, ja. Kostkart, beide brauchen wir noch. Ja, aber nicht mehr. Ach komm, du hast beide schon noch frei. Ja, das ist gut, aber gut. Du hast halt immer noch einen Topf und trinkst. Und probieren wir mal heißen. Und mein MP ist draußen groß. Ich wollte das dann nicht spielen. Und dann erwarte ich es einen Punkt und trinkst. Ich will die Koch haben jetzt schnell selbst mitmacht. wie immer die Koch riecht. Und das heißt nicht, Nichts? Nichts. 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 Aber Gott. Nichts. Vielen Dank. 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 So, verpassen. Ja, das ist noch ein Schuss. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Nein. Das habe ich gewürfelt. Ja. Das ist die drei Schüttel. Ja. 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 Okay. Okay. Ja. 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 Oh, Alter! Das war jetzt nicht. Lass mal so. Okay? Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh... Ja, dann noch zwei. Warum nicht? Jetzt wird das Tumafel gebraucht. Pfff. Aber jetzt bin ich sowieso nicht mal mit dem Sensor. Stimmt. Aber trotzdem. Mit dem Dingern. Zwei Runde. Gut. Dann fangen wir mit der Zwei an. Tonne Roll. Doch, dann Tonne Roll. Okay. Okay. Ich hab vorhin so losgemacht und hab dann rausgeschossen. So. Okay. So. Okay. So. 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 ich kann ja nur Fokus machen oder den umdrehen. so. 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 Achso, ja, egal. Ein Meter. Achso, Range ist ... Achso, Deckel oder so. Zwei. Zwei. Zwei auf die drei. Dann ... Ah, nein, der andere hat noch ... Okay. Oh, ach ... So ... Ach ... Ach ... ... Der Krips ist noch tiefer verstanden. Ja. 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 Ja, ja ... Vielen Dank. 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 Two, two, three. So, die zwei hat noch zwei. Eins hast du Schilder. Okay. 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 Ich glaube nicht. Okay. 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 falsch, falsch, falsch. falsch, 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 falsch. Ich beschwende dich bloß gar nicht. Ja, nein, alles gut. Was sind noch so viele Schiffe? Ich habe irgendwie, ich hätte gedacht, cool, noch der, noch der, aber nee. Der kommt ja auch noch an die Creed, ey. Ja, was ist das? So, was kann ich? Die können auch in den schlichten Winkel jederzeit immer nach hinten machen. So. Ja, ich schuze. Ich stehe dich doch. Okay. Option. Vielen Dank. Vielen Dank. Tide, Alter, Tide. Ja, ich habe auch keine Ahnung, Alter, ohne Scheiß. Tide, Alter, ohne Scheiß. Tide, Alter, ohne Scheiß. Tide, Alter, ohne Scheiß. Tide, Alter, ohne Scheiß. Das war aber wenigstens. Genau. Kurier. frequently aus... ...das ist eine. Oh, eine? Ehm... ...drei Stellen? Yes. Okay, gut. Ähm, nur damit wir uns dran erinnern. Ja. Schnellsachrober. Schnellsachrober natürlich. Range 2, nicht durch die Wolke. Schnell, muss die Wolke. Okay. Und die Macht. Das war die? Drei. Ach, scheiße, dann ist die gar nicht weg. Sorry, ich hab den verguckt. Schauen wir nochmal nach, wie das davor war. Dann ist die gar nicht weg. Ja, ich glaub das passt. Guck mal. War es ungefähr so vorhin? Schauen wir mal bitte. Das war mein Fehler. Ich hab auf die Drei nur geschaut und auf die Eins. Die Eins hat... Achso. Die hat man auf den. Genau. Der hat jetzt zwei Schilde und einen Hit, ne? Ja, und Wind. Der ist noch ein Spielsitz. Ich mach einfach. Das war mein Fehler, also auf jeden Fall. Ne, ich hab aber nur die Drei gesehen. Drei ist nicht so. Gut. Ähm. Die hat nichts. Hab ich hier auch. Ist nicht, ne? Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. hey, wohin, wobei ... Der hat noch zwei Hülle. Drei Hülle und der hat 2. Okay. dass die Schilder bezieht doch. Der Strecifte geht nur so rum. Der Strecifte geht nur so rum, ne? Der rCOM ist klappenfall. Welche blaue? Drei geradeaus, einer Bank, eines blaues, zwei geradeaus. Drei geradeaus, einer Bank. ... ... ... ... Wie viel? Siebeneinhalb. Aber auch meine Schüttel zu schießen. Ach, was weiß ich nicht. Das ist richtig ungeheblich. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Erst. Erst. Ich will gar nicht mehr. So. Ja. Fange ich an? Ja. Eine vom... No, so. Nein, es ist meine. Fokus. 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 Hat eins. Fokus. Ja. Fokus. 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 Vielen Dank. 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 Ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.